Moin Moin und herzlich Willkommen zur ersten Folge von Rund um die Welt. Ja, endlich ist es soweit. Ich habe es ja schon angekündigt in diesem Erklärungsvideo zuvor, glaube ich auch einmal. Wer das Erklärungsvideo noch nicht gesehen hat, jetzt nochmal eine kurze minimale Erklärung, was ich genau machen werde. Ich werde ein Nationalteam bauen und mit diesem Nationalteam werde ich spielen. Vier Spiele werden es sein. Ihr könnt auch etwas gewinnen. Ihr könnt FIFA Ultimate Team Münzen gewinnen. Wie ihr sie gewinnen könnt, seht ihr im Erklärungsvideo. Auf jeden Fall, ich werde vier Spiele spielen. Egal was. Aber immer online. Entweder Online-Saison, Online-Pokal. Auf jeden Fall werde ich nur Nationen nehmen, die, sagen wir mal mehr oder weniger, nicht so gut sind. Also kein Deutschland, Portugal, etc. Sondern zum Beispiel wie, sowas wie, keine Ahnung, Australien oder so. Also nichts, was es schon zu oft gibt auf YouTube. Ja, und dann würde ich sagen... Na, ich muss noch was sagen. Ich kommentiere das jetzt alles nach. Eigentlich wollte ich nicht anfangen und unnachkommentiert lassen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen blöd, wenn ich meine Mannschaft vorstellen werde, was jetzt gleich passiert. Nämlich, jetzt stelle ich meine Mannschaft vor. Und so, jetzt gehen wir ins Team rein. Ja, ihr seht schon, rechts oben, äh, der Teamnamen ist Bosnien, hä, 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 hä. Und wahrscheinlich zieht ihr jetzt auch auf dem Thumbnail. Ähm, ja. Meine Mannschaft ist Bosnien-Herzegowina. Wieso Bosnien-Herzegowina? Ja, ich finde, es ist ein sehr interessantes Land. Äh, die Spieler sind, das haben wir auch, sagen wir mal, es gibt ein paar mit großen Namen. Und sie sind auch bei der WM dabei. Jetzt kommen wir zur Auswechselbank. Ähm, der erste Karte ist ein centraler Mittelfeldspieler aus Braunschwein. Dann Brancic, dann haben wir einen linken Mittelfeldspieler, der Nadarjevic oder so. Dann ein Innenverteidiger, der Zoukalovic von Gaarkent. Dann Diabank, 82 Tempo, Liga-Mittelfeldspieler. Brosse Karte, Jancic vom Erzgebirge Aue. Sehr interessanter Verein, auch wahrscheinlich interessanter Spieler. Und Selic, ähm, als Stürmer aus der Polnischen Liga. Auch Brosse Karte, der Aspen zu Ersatzkeeper, ist Buric. Äh, der Keeper. Und jetzt kommen wir schon zur ersten Elf. Unser Torwart ist Dembegovic. Hat 86 in Reflex. Und spielt bei Stoke City. Ist die einzigste Gold, der einzigste Gold-Torwart. Deswegen habe ich den auch verwendet. Und einen, äh, Silberspieler in der, auf der Bank sitzen. Jetzt der rechte Verteidiger ist Muitza vom Sportclub Freiburg. Hier jetzt kleiner Sportclub Freiburg-Fan. Bin natürlich auch Fan von der Mannschaft, von dem Spieler. Ähm, Tempo ist okay. Die Verteidigung ist okay. Und das passt auch. Also was, meiner Meinung nach, ein Außenverteidiger braucht, hat er auch. Ganz akzeptabel. Dann der erste Innenverteidiger ist Bahic von Bayer 04 Leverkusen. Ähm, er ist noch älter als 34, oder 33 Jahre alt. Ähm, hat zwar einen guten, schwachen Fuß, aber... Die zweite Werteidigung sind nicht so überzeugend. Ähm, der, weiß, ein gehandelte Verteidiger ist Bikakcic. Wenn ich den richtig ausspreche, aus Braunschweig. Eine Silberkarte. Ähm, die Werteidigung sind ganz okay. 64, 70 Kopfball, hab ich da grad gesehen. Äh, ja. Dann, kommen wir zu dem linken Verteidiger. Ist Buden Notza aus der Polnischen Liga, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Hat gutes Pace und Verteidigung ist auch ganz gut. Deswegen ist er schon ganz interessanter Spieler. Jetzt, entschuldige, Entschuldigung, ich hab einen kleinen Schnittfehler gehabt. Oder mein Programm ist abgespackt. Egal, der linke, äh... Linke Medelfeldspieler ist Lulic, der nicht drauf ist. Und der linke zentrale Medelfeldspieler ist Pjancic von AS Rom. So, jetzt kommen wir zum rechten zentralen Medelfeldspieler. Der ist Salihovic, kennt jeder, der die Bundesliga verfolgt. Hat einen sehr guten Schuss und das passende ist auch sehr gut. Verteidigung und Dribbling ist auch okay. Also ich freu mich schon auf ihn. Ähm, der rechte Medelfeldspieler ist mit Abstand der teuerste Spieler in dieser Mannschaft. Das ist der... Heirovich oder so. Ähm, spielt bei, äh, in der Schweiz. Und hat 3.700 Münzen gekostet. Also der Silberspieler ist die teuerste Karte in Postel-Hetze-Kombedar. Oder aus Postel-Hetze-Kombedar. Ich glaube, das ist ja, ja, ist die teuerste. Und... Vielleicht kann er was. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe ja noch nie mit der Mannschaft gespielt zuvor. So. Sturm. Rechter Störber ist... Ibišević oder Cicco? Das ist die Frage. Ich komme jedes Tag. Oh. Also Ibišević ist es. Äh, 79. Gesamtbewertung. Kopfball. 78. Wenn wir jetzt nochmal drauf gehen. Ja, ich gehe nochmal drauf. Dribbling ist okay. Der Schuss ist 76. Ist auch ganz okay. Passend und Tempo ausbaufähig. Und der, ich sag mal, Star der Mannschaft ist natürlich Edin Dzeko von Man... Nicht Man Uelich, sondern Man City. Hat... Jeder kennt natürlich aus seiner Zeit bei Wolfsburg. Da wurde er zweimal... Einmal wurde er der Meister und zweimal... Wurde er... Ja, Torschützenkönig. Und ich würde sagen... Wir gehen jetzt auch gleich zu den Spielen über. Also bis dann. Ja, eigentlich sollte jetzt das erste Spiel kommen. Das erste Spiel habe ich gespielt und verloren, aber meine Aufnahme ist irgendwie verloren gegangen. Ist jetzt aber auch egal. Ich zähle jetzt einfach als Mieterlage, weil ich ja verloren habe. Und ihr seht, das erste Spiel spiele ich im Online-Pokal gegen so ein Team, das CR7 Justin heißt oder so. Das ist, glaube ich, der Starter-Pack mit dem er spielt. 3 Goldspieler, 1 Silberspieler und der Rest sind Bronze-Spieler. Dann Lobosch mit dem Fehler Lulic von links in die Mitte. Ibizovic schließt ab und der Torwart hält diesen Angriff. Versuch von mir. Salović mit der folgenden Ecke. Kopfball, Cecho. 1 zu 0. Vierte Spielminute. Schön gemacht. Dann in der neunten Spielminute. Salović noch eine Ecke. Fast dieselbe Situation. Fast das neue Tor. Nur der schönste war das Ibizovic. Elfte Minute. 2 zu 0. Dann Cecho lüpft den rüber zu Jairovic. Der am Ball ist schnell. Mit der Flanke in die Mitte. Cecho direkt. Torwart hält das Ibizovic nach Schuss. Nach Schuss. Nach Schuss. 3 zu 0. 15. Die Spielminute. Und dann sehen wir auch, der Gegner unterbricht das Spiel. Also wird das als Sieg für mich gewertet. Also habe ich jetzt drei Punkte nach zwei Spielen. Wie was sagen könnte. Nächste gegen das Bosna-Elite. Und wer seht. Er hat genau die gleiche Mannschaft wie ich. Exakt. Das ist so ein großer Zufall. Ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist. Aber er hat genau die gleiche Mannschaft wie ich. In die Cecho. Auf Bioncic. Der am Ball. Ist nicht der schnellste. Kommt aber durch. Flanke von links. Latte Cecho. Ibiza mit Schlacke. Latte und Cecho mit dem Dach. Kopfball 1 zu 0. Der Gegner von Cecho auf Ibabo. Der eingewechselte Ibabo vergibt. Erstmal aber dann. Ich bin beim Fehler. Pjancic. Molochic. Cecho. Auf Salyovic. Und Vapigovic hält die Bude fest. So. Dann der Gegner mit Salyovic. Fehlpass. Pjancic beim Kopf. Hayrovic. Am Ball. Hayrovic mit links. Außenpfosten. Und zur Pause steht es auch 0 zu 1. Für mich. Dann 58. Spielminute. In die Cecho. Guter Pass. Auf. Wedan Ibiza mit. Wedan Ibiza mit. Wusste sagt zu machen. Wedan Ibiza mit. Vergibt diese Großschuss. Dann ich nochmal Hayrovic. Hayrovic zieht rein. Hayrovic mit der Flanke. Ibiza mit. Kopf 2 zu 0. 70. Spielminute. 2 zu 0. Dann habe ich gewechselt. Nadarevic. Rancic. Und Zucan. Nuvić. Haben für Pekacic. Lulic. Und Pjancic. Im Spiel. Der Gegner hat der 90. Noch mit dem 2 zu 1. Durch Victoribabo. Aber dies änderte nichts an. Meinen Sieg. Ich habe wieder gewonnen. Sechster Punkt. Im dritten Spiel. Ibiza mit. Und Chico. Spiel das. Jetzt seht ihr auch schon. Ich habe schon das Viertelfinale gespielt. Ja. Es hat mal wieder meine Aufnahme. Bisschen drum geschmackt. Entschuldige. Ich habe gewonnen. Deswegen. Wird sie als Sieg gezählt. Nur wenn ich es verliere. Wird es nie lange gezählt. Deswegen spiele ich jetzt auch gleich das Halbfinale. Mein Gegner ist Plümmers. Und. Ich hätte wieder einen kleinen Schnittfehler. Das ist jetzt aber nicht zu beachten. So. Mein Gegner ist. Hütecht. Ejort. Oder so. Und. Kommt auch gleich mit der. Ersten Chance. Nach der Ecke. Kopfball. Und ich dann. Cecho. Über links. Cecho. Cecho mit Abschluss. Guter Abschluss. Ecke. Die anschließende Ecke. Salyovic. Auf den Kopf von Edi Cecho. Und dann steht es mal wieder. 1 zu 0. Edi Cecho. Nach der Ecke. Wie schon so oft. Der linke Verteidiger. Budutzer auf Edi Cecho. Was macht er? Edi Cecho zieht die Mitte. 3 zu 34. Edi Cecho. Und dann steht es 2 zu 0. Edi Cecho richtig klasse gemacht. Für für 30. Minute. Dann kam Jancic. Diabag und Filiic. In die Partie. Dann der neue Diabag auf Jancic. Auch ein Joker. Ein eingewechselter Spieler. Mit dem Schuss. Torwett hält. Zur Halbzeit steht es 2 zu 0. Für mich. Dann nochmal der Gegner. Wer erinnere ich? Jancic. Sehr, 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 sehr weiten Lauf. Jancic. Jancic läuft. 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 Das heißt, ich habe das Spiel 13 zu 0 geworden. Jancic richtig schönes Tor. Und das war noch die vier Spiele im Prinzip. Eins ist ja leider nicht drauf gewesen. Das tut mir leid. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Schlussfolgerung. Fazit oder so. Das habe ich euch mal vorgestellt, dass ich am Ende der vier Spiele sagen werde. Wer am besten war. Wer, also wie viel Belohnung es gibt. Ich hatte es, also wer, wer wie viel Tore geschossen hat. Und wer das beste Spieler ist oder war, ist besser gesagt. Und dann blende ich nochmal das schönste Tor ein. Und ich, äh, ja. Tore haben geschossen. Edi Czeko hat vier geschossen. Ibizovic hat drei geschossen. Jancic hat eins geschossen. Somit sage ich jetzt auch ganz mal schnell, Czeko war der beste Spieler für mich. Vier Tore geschossen. Ähm, dann noch kurz zum Fazit. Der Mannschaft. Ihr seht, äh, Fazit. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so nennen könnte. Aber auf jeden Fall. Sie sind sehr gut nach Ecken. Er ist sehr gut in der Luft mit Kopfbällen. Hat man auch gesehen. Ich habe es, ich glaube, mehr als die Hälfte per Kopf erzielt vor den Toren. Und, ja, überflanken ist immer das sehr stark. Auch Saljovic. Richtig tolle Ecken reingebracht. Juh, was gibt es noch anzumerken? Genau, äh, das, äh, die Belohnung. Genau, die Belohnung. Ganz wichtig. Wie viel gibt es heute zu Gewinnen? Wenn ihr, wenn ihr richtig alles verstanden habt. 3.000 Münzen bekommt irgendjemand heute, wie ihr euch dafür bewerben könnt. Wie ihr die bekommt. Schaut das Erklärungsvideo an. Das ist das letzte Video, das ich hochgebracht habe. Und dort seht ihr dann, wie ihr die 3.000 Münzen gewinnen könnt. Und letztendlich ist das schönste Tor der Episode. Und das ist von der Bronzekarte Jancic aus Erzgebirge Aue. Ich verabschiede mich damit. Ich spiele es jetzt noch am Ende ein. Viel Spaß beim Tor. Servus. Macht's gut. Und ciao. Ja, offenbar würde er den Ballern nichts gar nicht mehr hergeben. Jetzt zieht er ab. Und Tor.